Wir sind die Banner-Stop. Und wir, wir drucken Werbebanner. Werbebanner in allen Größen, Formen, Formaten, Farben und einer Vielzahl von Materialien. Zugegeben, das haben wir nicht neu erfunden, aber wir sind damit erfolgreich geworden, weil wir es ein kleines bisschen anders machen. Die Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Das ist enorm wichtig. Deswegen betreuen wir den Kunden im Vorfeld seiner Bestellung, während der Bestellung, aber auch im After-Sales zum Beispiel. Wenn also ein Kunde eine Bestellung aufgibt, egal ob über den Online-Shop oder persönlich am Telefon, wird jede einzelne Druckdatei sorgfältig von ausgebildeten Grafikern geprüft. Darum nennen wir diesen Schritt auch Profi-Daten-Check. Der Profi-Daten-Check beinhaltet bei uns, dass jede Druckdatei einzeln geprüft wird und nicht allgemein korrigiert oder angesehen wird, sondern wenn Fehler auftreten sollten, dann kläre ich das mit dem Kunden nochmal ab und schauen, dass der Kunde am Ende wirklich ein Top-Produkt bekommt. Bevor die vielen Bits, Bytes, Pixel und Vektoren in eine der Druckmaschinen gelangen, schicken wir ihnen nochmal einen sogenannten Korrekturabzug zur Freigabe. Schließlich wollen wir, dass ihre Idee auch am Ende genau so aussieht, wie sie es sich vorgestellt haben. Wir haben ein Netzwerk aus sehr sorgfältig ausgewählten Partnern. Wir haben für jeden Bedarf jemanden, mit dem wir bereits zusammengearbeitet haben, bei dem wir darauf vertrauen können, dass die Sachen ordentlich abgehandelt werden, dass wir dem Kunden gute Ware liefern können in der Zeit, in der er sie braucht und dass eine Verlässlichkeit da ist, dass diese Dinge auch funktionieren. Und wenn ihnen der Bote ihr Paket überreicht, halten sie nicht nur ein Druckprodukt in der Hand, sondern ein Teil ihres Unternehmens. Ein Statement. Ein Ausrufezeichen. Eine Idee, die zum Leben erweckt wurde. Wir arbeiten sehr professionell, versuchen dabei aber auch immer, einen sehr persönlichen und engen Kontakt auch zu unseren Kunden zu pflegen, auch wenn vielleicht mal was nicht optimal gelaufen ist, trotzdem der Ansprechpartner zu sein, um sicherzustellen, dass am Ende mit uns, unserem Produkt und eben auch unserer Dienstleistung, die wir eben bieten, zufrieden zu sein. Und genau darum haben wir uns persönlichen Service auch so groß auf die Fahne geschrieben. Willkommen bei Bannerstop. www.bannerstop.de